Sie mähen den Rasen oder saugen sich leise brummend durch ihre vier Wände auf der Suche nach dem Staub. Roboter erobern zunehmend unseren Alltag, ganz ohne Frage. Die Maschinen ohne Herz, aber mit Verstand sind auf dem besten Weg, so alltäglich zu werden wie das Internet. Die Wirtschaft spricht hier von der Industrie 4.0. Und Wertstein macht diesen Trend für Sie investierbar. Wir stellen Ihnen heute den Wertstein-Zeitgeist Robotertechnik vor. Es ist eine der wachstumsstärksten Bereiche der Welt. Die Branche soll im kommenden Jahrzehnt viermal so schnell expandieren wie die Weltwirtschaft. Vorreiter sind dabei Länder wie Japan und China, aber auch Deutschland spielt ganz vorne in der Liga mit. Vom Industrieroboter bis zur persönlichen Hilfe im Haushalt oder auch für ältere Menschen. Im Team eröffnen Mensch und Maschine auch neue Chancen für Anleger. Darf ich vorstellen, das ist TAK. Dieser Roboter arbeitet im Krankenhaus und bringt unter anderem den Patienten Mahlzeiten und Medikamente. Das ist Savioke. Sein Arbeitsplatz ist im Hotel. Handtuchwechsel und Zimmerservice gehören zu seinen Aufgaben. Und sein Name ist Locus. Der Transport aller möglichen Güter durch große Lagerhallen ist sein Spezialgebiet. Drei relativ junge Roboter aus dem Dienstleistungssektor. In der Industrie dagegen gehören Roboter schon zum Alltag. Die Maschinen übernehmen hier immer mehr Funktionen vom Menschen. Robert Ruttmann, Wertsteininstitut Fellow in Zürich. Wo stehen wir in dieser Entwicklung? Nun ja, die Kombination aus schnellerer Rechenleistung und dann auch noch Fortschritte in der künstlichen Intelligenz haben tatsächlich das Thema Robotertechnik in die Schlagzeilen geworfen. Trotzdem steht das Thema in den Kinderschuhen. Aber wenn die Kosten fallen und Netzwerkeffekte weiter ausgebaut werden, glauben wir, dass das Thema viermal so schnell wachsen kann wie die Weltwirtschaft über die nächsten zehn Jahre. Bei neuen Technologien haben die Amerikaner ja fast immer die Nase vorn. Hier aber offenbar nicht. Das frage ich nach bei Giles Keating, dem Präsident des Wertsteininstituts in London. Nein, hier nicht. Japan, China und Deutschland setzen mehr Roboter ein als die USA. Und erinnern Sie sich, wie Japan mit Smartphones dem Westen um Längen voraus war? In Tokio sah man all die jungen Menschen in der U-Bahn, die mit ihrem Smartphone telefonierten, schon lange bevor es im Westen das iPhone gab. Und ich denke, es ist in diesem Fall ähnlich. Japan ist der Vorreiter. Dort setzt man Roboter sogar in der Altenpflege ein. Vier Bereiche für den Einsatz von Robotern werden unterschieden. Persönliche Roboter. Nach einer zunächst nur zögerlichen Verbreitung ist das Wachstumspotenzial gerade aufgrund der Alterung der Gesellschaft enorm. Haushaltsroboter. Die Preise unter anderem für Mähroboter und Staubsauger sind so stark gefallen, dass sie nun für die breite Masse erschwinglich sind. Industrieroboter sind längst nicht mehr nur in der Automobilindustrie zu Hause. Die Elektrotechnik, die metallverarbeitende Industrie und die Chemie- und Kunststoffbranche fragt die Technik nach. Und die sogenannten Cobots. Sie arbeiten gemeinsam mit dem Menschen, um die menschliche Leistungsfähigkeit zu verbessern und können so Aufgaben gemeinsam ausführen, die der Mensch sonst nicht allein bewältigen könnte. Und nun nach Frankfurt zu Robert Halver, Kapitalmarktanalyst der Baader Bank. Ist die Branche für Sie als Investment interessant? Robotics, Digitalisierung ist die Zukunftsbranche schlechthin. Hier muss Deutschland mitmachen, um auf der Ebene der Industrieländer weiter vorn mit dabei zu sein. Nur der Preis dafür ist auch sehr hoch. Viele Arbeitsplätze werden in Deutschland wegfallen. Die brauchen wir leider nicht mehr. Und damit nach Paris, Valé Plagnol. Sie haben es gehört, Robert Halver weist darauf hin, dass das Ganze natürlich auch eine soziale Komponente hat. Müssen wir Angst davor haben, dass uns Roboter am Ende die Arbeit wegnehmen? Ich glaube nicht. Ich denke, die Arbeit wird verlagert und nicht ersetzt. Viele Branchen sind bereits mit Robotern bestens ausgestattet. Die neue Revolution, das sind die Kobots, also Roboter, die im Dienstleistungssektor eingesetzt werden und mit Menschen kooperieren. Noch einmal zu Giles Keating. Der Zeitgeist ist ja nicht neu im Programm von Wertstein. Nein, diesen Zeitgeist haben wir bereits im September 2016 vorgestellt. Seitdem hat sich die Robotertechnikbranche weit besser als der Gesamtmarkt entwickelt. Viel Kapital wurde investiert. Die Branche ist also nicht mehr ganz so attraktiv. Aber ich meine, sie hat noch viel Wachstumspotenzial. Also, die Bewertung ist schon mal relativ hoch. Das möchte ich noch mal genauer beleuchten mit Dominik Müller in Zürich. Er ist Finanzanalyst bei der ältesten Privatbank der Schweiz, Rahn und Botmer und bringt aus seiner beruflichen Vergangenheit sehr viel Expertise für das Thema mit. Schön, dass Sie uns heute zugeschaltet sind. Grüezi in die Schweiz nach Zürich. Hallo nach Frankfurt. Giles Keating hat es erwähnt. Das Thema ist aktuell in aller Munde. Ist die Bewertung Ihrer Meinung nach gerechtfertigt? Ich denke ja, weil überdurchschnittliches Wachstum rechtfertigt überdurchschnittliche Bewertung. Man sollte das Thema der Massenware nicht außer Acht lassen. Auch komplexe Dinge wie Roboter spüren Preisdruck irgendwann. Das sehen wir jetzt zum Teil schon. Und das gibt auch Druck auf die Margen und auf die Gewinne dieser Firmen. Und nicht alle, auch im Robotikbereich, können sozusagen die Apples sein, die wegen der starken, bekannten Marke ihre Margen über die Zeit auch verteidigen können. Danke, Dominik Müller nach Zürich. Stellen wir uns mal Folgendes vor. Während Roboter 1 den Rasen mäht, saugt Roboter 2 das Wohnzimmer, während Roboter 3 den Kleinen die Gute-Nacht-Geschichte vorliest. Nein, Letzteres wollen wir nicht wirklich. Aber wollten wir vor 20 Jahren nur noch mit dem Smartphone unterwegs sein? Trends lassen sich nicht wirklich aufhalten. So auch dieser nicht. Wenn Sie zumindest als Investor schon mal dabei sein wollen, fügen Sie den Zeitgeist Robotertechnik jetzt Ihrem Portfolio hinzu.